Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu unserem wundervollen, tollen Discord-Bot-Tutorial hier. Heute mit einer kleinen, naja, mit ein paar anderen Events. Wir haben bisher eigentlich immer mit OnReady gearbeitet, der wird ausgeführt, wenn ihr euch quasi als Bot eingeloggt habt. Und bei OnMessage, der wird immer ausgeführt, wenn eine Nachricht gepostet wird. Es gibt aber selbstverständlich noch mehr als nur das. Obwohl die beiden so erfahrungsgemäß die wichtigsten sind, okay? Okay, aber ja, es gibt noch mehr und ich will euch heute ein paar wichtige zeigen. Und zwar, zum einen gibt es, also ihr müsst die eigentlich immer genau gleich verwenden, das heißt Async, Dev und dann eben was auch immer hier passiert mit den richtigen Parametern. So, das heißt, wir haben hier OnTyping als nächstes. OnTyping, allerdings nimmt OnTyping nicht eine Nachricht, sondern den User und das, ja. Man nennt es When, ja, die Variable heißt When im Normalfall. Ähm, laut, ja, laut der Doku sollte man sie When nennen, aber es ist im Endeffekt egal, wie man sie nennt. Ähm, und dieses, ähm, ja, dieses OnTyping wird ausgelöst, wenn jemand anfängt zu tippen. Ist relativ spaßig und dann kann man nämlich hier direkt sagen, okay, der User ist gerade am Schreiben. Ihr seht das vielleicht hin und wieder mal, wenn jemand im Discord gerade am Schreiben ist, dann wird das OnTyping-Event bei Discord ausgelöst und ihr seht dieses bla 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 ist typing, ja. Oder tippt gerade. Und das geht hier eben auch. Ähm, wir können das Ganze so machen. Wir, wir printen uns das einfach mal aus, einfach nur, damit wir es mal verwendet haben. Achso, Sekunde, ich habe eins noch gar nicht drin. Nicht nur der User und wann er tippt, sondern auch in welchem Channel er tippt, ist eine Variable. Das ist gar nicht so doof. Das braucht man hier oben nicht bei Message, weil natürlich in Message sowohl schon die Nachricht drinsteht, als auch der Kanal, in dem die Nachricht gesendet wurde, als auch der User, der sie gesendet hat, als auch wann er sie gesendet hat. Das ist bei Typing an sich nicht der Fall. Das heißt, ähm, ja, lass uns das einfach mal printen. Ähm, String von User. Punkt tippt gerade in, ähm, in Channel und zwar Punkt, ähm, Seit, und dann konvertieren wir das hier einfach in ein String. So, okay, wir gucken uns das mal kurz an, wie das aussieht. Und dann sehen wir vielleicht, achso, ups, ich habe was vergessen. Sorry. Ähm, plus, hier muss natürlich der Channel noch rein. So. Okay. Okay, eingeloggt sind wir. Ähm, und jetzt tippen wir einfach mal. Gut. Mal gucken, wie das hier aussieht. Morpheus tippt gerade in General Channel seit, und dann steht hier quasi genau seit wie viel Uhr am wievielten, wobei die Uhrzeit ein bisschen falsch ist. Ähm, ja, gut. Ist halt, ne, also wir haben hier bei uns mitteleuropäische Sommerzeit, beziehungsweise mitteleuropäische Winterzeit. Ähm, und das hier ist einfach die, ähm, naja, plus, minus, null. Das heißt, bei der Sommerzeit sind es, glaube ich, plus zwei Stunden, die wir haben. Das sollte hinkommen, weil wir sind gerade noch in der Sommerzeit. Ähm, sprich, bei mir ist gerade elf Uhr, eigentlich ist bei mir elf Uhr siebzehn. Aber okay, sagen wir, es ist neun, äh, es ist elf Uhr 16 und 36 Sekunden gewesen, als ich angefangen habe zu tippen. Und, ähm, ja, da müsst ihr quasi immer draufrechnen, in welcher Zeitzone ihr seid. Das wird immer in der Zeitzone null gerechnet. Und, ähm, Deutschland hat normalerweise plus eins, beziehungsweise im Sommer plus zwei. Ähm, genau. Aber ja, ähm, wir sehen, es wurde auch nur einmal dieses Event tippen ausgelöst. Das heißt, wir haben jetzt nicht hier irgendwie sehr, sehr viel zu tun. Ähm, sondern es ist halt wirklich einmal ausgelöst. Und ihr seht auch, ich bin hier immer noch eigentlich am tippen. Ja, ich mach mal hier weiter. Ich tippe einfach nochmal. Und dann sehen wir, es wird aber nochmal ausgelöst, wenn ich irgendwie eine längere Pause während dem Tippen mache und danach wieder weiter tippe, okay? Also, das ist quasi das OnTyping-Event. Ziemlich spaßiges Ding. Ich werde das hier allerdings auskommentieren, da wir sonst einfach nur zugespammt werden und unsere Ausgaben sind wertvoll. Ähm, das machen wir hier rein. Einfach nur ein Pass, denke ich mal. Das sollte passen. So könnt ihr euch das dann auch selber. Wobei, wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen hier ein Return-Ren. So. Ähm, okay. Ja, ich weiß, das gibt mir eine Warnung aus, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich weiß, dass der Code nicht erreichbar ist und das soll auch so sein. Okay, cool. Das ist ein Event. Ein weiterer Event ist Async-On-Message. Nicht Message, sondern Message-Delete. Ihr könnt auch sehen, ob Nachrichten quasi, ähm, ja, ich sollte vielleicht Deffen vorne dran, ähm, ob Nachrichten gelöscht werden oder gelöscht wurden und dann könnt ihr auch rausfinden, welche Nachricht das war. Das heißt, ihr könnt hier einfach zum Beispiel, ach so, ihr seht da natürlich auch, wer die Nachricht gelöscht hat, ne? Also, das kriegt ihr dann einfach quasi über Message auch wieder raus. Und ja, hier könnt ihr einfach sagen, gelöschte Nachricht, sozusagen zum Loggen einfach, ist das ganz gut, damit man weiß, was passiert ist so automatisch. Ähm, und ja, da können wir dann einfach die Nachricht rausgeben, also Message, wobei, lasst uns den String von der Message rausbringen, beziehungsweise nein, lasst uns einfach direkt den Content ausgeben. Content, ähm, und dann noch eine weitere Sache, es gibt auch ein Event, wenn ihr Nachrichten editiert, ja? Das heißt, ihr könnt hier auch sagen, Dev, ups, eins zu viel, On Message, ähm, Edit. So, und, ähm, da gibt es zwei Parameter, nämlich einmal vorher und einmal hinterher. Genau, und da könnt ihr quasi sagen, hey, meine Nachricht sah davor so aus, ähm, Changed Message, also, before.content to after.content. Okay. So, lasst uns das mal eben ausprobieren. Wir starten den Bot mal wieder und gehen in den General rein. So, und jetzt tippen wir hier einfach mal, ähm, Hallo Welt, ja, dann tippen wir Hello World, dann löschen wir Hallo Welt und dann editieren wir Hello World zu Hallo Poop. So, okay, und wir sehen jetzt hier, gelöschte Nachricht, Hallo Welt und dann Changed Message, Hello World to Hallo Poop, ja? Relativ simpel eigentlich, ähm, das ist super, wenn ihr irgendwas loggen wollt, zum Beispiel, wenn ihr automatisch irgendwelche Nachrichten löscht, ähm, Allerdings wird es natürlich auch ausgeführt, wenn irgendjemand anders eine Nachricht löscht. Ähm, für Administratoren ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, so einen Bot zu haben, da könnt ihr dann zum Beispiel einfach sagen, okay, wenn sozusagen, also hier kann man zum Beispiel eintragen, wenn der User, der diese Nachricht löscht, der und der ist, oder der und der, oder der und der, beziehungsweise wenn er eine gewisse Rolle hat, dann möchte er das, oder möchte der Bot das bitte loggen, ansonsten ist es einfach nur ein ganz normaler User gewesen, aber zum Beispiel für Admins oder sowas, oder für Moderatoren, ist das glaube ich gar nicht so unsinnig, sowas zu haben, dann sieht man automatisch, welche Nachricht gelöscht wurde, zum Beispiel. Gut, das war's schon wieder von meiner Seite, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dann, ciao.